So, wie ihr seht, ich bin gerade live auf YouTube und Twitch und der Moritz kann es einfach nicht sein lassen. Er muss halt einfach immer wieder irgendwas raushauen. Natürlich auch, weil du bist gerade auch hier, Moritz. Danke, wie gesagt, für die ganzen Skins, Emotes, Pickaxe, Lackierungen und was es sonst noch alles gibt. Also wie gesagt, ich kann immer nur wieder Danke, Danke sagen. Und nochmal, bitte geht in die Videobeschreibung, lasst ihm bitte ein Like da, egal auf was für ein Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal ganz gespannt rein. Ich habe schon wieder keine Ahnung, was da noch sein kann. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich irgendwie noch positiv erwähnt habe. Aber ihr schenkt mir sowieso einfach irgendwas. Also in dem Sinne, ja, Schleuderappe ist jetzt auch noch im achten Monat. Danke auch dafür. Gott, ihr seid alle bescheuert. Danke für deinen achten Sub in Folge. Also, ich würde sagen, wir gehen rein. Und die kleine Geige. Oh. Ich habe ja schon im Video gesagt, die hört sich so geil an, die Geige. Ich sage ja, ich bin kein musikalischer Mensch. Also, gehört doch einfach mal. Wie schön. Nice. Wie gesagt, Monats, vielen, 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 vielen Dank dafür. So, dann sind wir erstmal hier mit dem Video fertig. Euch noch viel Spaß beim Leveln. Und er haut das auch noch in die Aufnahme. Vielen, vielen Dank, aber trotzdem. Also, in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.